Einen wunderschönen Montagmorgen, einen wunderschönen Wochenanfang hier im Planet Film Geek Network. Ich bin wie immer der Johannes hier mit eurer Wochenübersicht über das, was euch diese Woche hier im Planet Film Geek Network so erwarten wird. Diese Woche haben wir was Besonderes. Wir haben eine Premiere eines neuen Formats, ein Format, das wir versprochen hatten, seit wir das Planet Film Geek Network in dieser neuen Version gestartet haben. Es ist ein Teil unseres alten Formats, von dem wir angekündigt hatten, dass wir es zu einem eigenen Format machen. Und dann hat es bis jetzt gedauert, weil wir so viel zu tun hatten und es einfach nicht aufgebacken bekommen haben. Die Challenge gibt es wieder seit Neuestem, seit dieser Woche. Viele Leute haben uns danach gefragt und ja, wir hatten es, wie gesagt, immer vor und jetzt haben wir es auch endlich in die Tat umgesetzt, haben es endlich hinbekommen. Ab jetzt wird es immer mal wieder eine Challenge geben. Für die, die es noch nicht wissen, für die, die erst im neuen Format dazugekommen sind, die Challenge war ein Teil der alten Planet Film Geek Sendung, in der wir Filme besprochen haben, die ihr, die Zuhörer, uns aufgegeben habt. Wir haben immer so gesagt, wenn ihr uns leiden sehen wollt oder wenn ihr zum Beispiel wollt, dass wir einfach einen Film, der euch total gut gefällt, aber über den niemand redet, zum Beispiel besprechen. Oder einen Film, über den jeder redet und ihr wollt nur unsere Meinung dazu hören. Also wie auch immer. Deswegen auch jetzt wieder der Aufruf. Ab jetzt gilt es wieder. Schickt uns Challenges. Wir werden die jetzt wieder abarbeiten. Wir haben zwar noch eine Liste, aber die kann auch gerne noch viel länger werden. Deswegen, wo auch immer ihr uns hört, schreibt uns Facebook, Twitter. Übrigens, wir haben inzwischen eine E-Mail-Adresse, planetfilmgeek.gmail.com. Da könnt ihr uns auch schreiben, wenn ihr uns was mitteilen wollt. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon jemals gesagt haben. Also meldet euch bei uns. Schreibt uns eure Challenges. Ab jetzt wird es immer regelmäßig Challenges geben. Das wird auch immer so ablaufen, dass immer zwei Leute, die besprechen werden. Das haben wir so beschlossen, damit es möglichst nah am alten Format dran bleibt. Und wie gesagt, diese Woche geht es los. Am Mittwoch haben wir die erste Episode, in der Colin und ich, natürlich, wir wollen, dass es ganz klassisch anfängt mit uns zweien. Da besprechen wir den Film Red Lights mit Robert De Niro, Sigourney Weaver, Killian Murphy, Elizabeth Olsen und viel mehr, den uns Enrico aufgegeben hatte. Also Enrico, Glückwunsch an dich. Du bist der Erste, von dem wir einen Film im neuen Format besprechen. Yay, Red Lights. Ja, wir haben den Film besprochen. Und ich hoffe, ihr seid froh, dass es die Challenge wieder gibt. Ihr habt oft genug nachgefragt. Also, Mittwoch die Challenge. Und dann geht es am Freitag weiter mit der neuesten Episode Mubi Monthly, in der Ted und ich den Monat Januar auf dem Streaming-Dienst Mubi besprechen. Wie das abläuft, dürftet ihr inzwischen wissen. Wir besprechen die Filme, die wir gesehen haben und geben am Ende eine Übersicht darüber, was im Februar so auf Mubi sein wird. Und dann am Sonntag natürlich, wie gewohnt, wieder die Reviews. Diese Woche ist dann mehr los auf jeden Fall als letzte Woche. Also, wie immer kann sich da viel ändern, aber es sind geplant Reviews zu The Lego Movie 2, The Prodigy, wahrscheinlich Drachenzähmen leicht gemacht 3 und auf jeden Fall Alita Battle Angel, den wir uns schon vorher anschauen dürfen. Die werden wir mit Sicherheit wahrscheinlich besprechen. Alita Battle Angel, The Prodigy auf jeden Fall und die anderen zwei auch wahrscheinlich. Und dann war es das auch schon wieder diese Woche. Ich hoffe, das gefällt euch. Lasst uns wissen, wie ihr das alles so findet. Lasst uns wissen, wie ihr die neue Challenge findet. Und dann hören wir uns in der Challenge. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.